Ich habe es schon immer geliebt, Leute zu beobachten, aber nun kenne ich die Grenzen, die ich vorher nicht kannte. Früher konnte ich die Leute beobachten, wie sie zur Arbeit liefen, einkauften und mehr. Nun fahren sie von hier nach da mit ihren Autos und Bussen oder Zügen. Ich kann sie nicht mehr dabei beobachten, wie sie lächeln, lachen und miteinander reden, während sie meine Straße entlang zum Einkaufen gehen. Aber dann konnte ich sie in Parks finden, wie sie an der Schaukel spielten oder ein Rad schlugen. Ich beobachtete auch alte Leute in Kneipen, wie sie tranken. Nicht, dass sie mich bemerkten, aber es wurden dennoch immer weniger Leute in den Kneipen und Parks meiner Umgebung. Ich war wirklich verärgert. Alles, was ich wollte, war es Leute zu beobachten. Zuzusehen, wie sie ihr Leben genossen oder nicht. Ihn dabei zuzusehen, wie sie miteinander kommunizierten. Es brachte mir ein kleines Licht in meine dunkle, einsame Welt. Ich dachte mir, wenn sie nicht zu mir kommen wollen, komme ich eben zu ihnen. Ich lief durch meine Nachbarschaft bei Nacht. Ich schaute in jedes Fenster, welches nicht von Vorhängen oder Jalousien verdeckt wurde. Leider reichte es für mich nicht aus, so diesen Reiz zu befriedigen. Also wanderte ich immer weiter und weiter, von Nacht zu Nacht. Schließlich fand ich endlich ein Haus, welches selten die Vorhänge geschlossen oder die Jalousien heruntergelassen hatte. Ich konnte die ganze Familie beobachten. Ich konnte sogar die Kleinen in ihren Zimmern im Erdgeschoss beobachten, während sie schliefen. Das war ausgesprochen befriedigend. Aber ich musste extrem nah an die Fenster ran, um eine klare Sicht zu haben, wie ihre kleine Brust sich auf und ab bewegte, während sie träumten. Aber nach ein paar Wochen streckte ich mich gerade, um einen besseren Blick auf den Fuß des kleinen Mädchens zu erhalten, welchen sie unter ihrer Decke hervorstreckte. Jedoch hatten gerade die Eltern ihre Köpfe in das Zimmer ihrer Tochter gesteckt, um nach ihr zu sehen und entdeckten mich, wie ich am Fenster stand. Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Polizeirevier wurde ich mit einer Verwarnung gehen gelassen. Es schien, dass es falsch war, Leute durch ihre Fenster anzustarren. Okay, wenn ich also nicht durch dein Fenster schauen darf, um dich zu beobachten? Am nächsten Tag ging ich zu ihrem Haus und versteckte mich, bis alle das Haus verlassen hatten. Ich kletterte hinten durch ein kleines Fenster hinein. Ich wusste, es gab einen Schrank, den sie, seit ich sie beobachtete, nicht geöffnet hatten. Also öffnete ich die Türen des Schranks und machte es mir ein wenig gemütlich für die lange Wartezeit, die ich vor mir hatte. Ich habe eine extraordinäre Geduld und wartete den ganzen Tag, bis sie nach Hause kamen. Aber das war irgendwie anders. Ich hatte noch nie so einen Nervenkitzel gehabt. Es war so belebend, sie von so nah an zu beobachten. Ich konnte ihre privaten Gespräche belauschen, ihren Klatsch und Tratsch, ihre Witze und Gelächter. Es war wirklich belebend. Schon bald wurde es spät und sie gingen alle langsam zu Bett. Als die Lichter erloschen und ich das laute Schnarchen des Vaters hören konnte, schlich ich aus dem Schrank. Ich wollte das kleine Mädchen beobachten. Ich weiß nicht warum, aber sie gab mir die größte Befriedigung. Ich schlich durch das Haus in ihr Zimmer. Ihre Tür quietschte nur ein klein wenig und ich hafte es bis zu ihrer offenen Schranktür, bevor sie sich rührte und in meine Richtung schaute. Ich hätte mir gewünscht, dass sie wieder schlafen gegangen wäre. Ich wusste nicht, was sie dazu bewegte, zu mir herüberzukommen und in den Schrank zu schauen. Ich versuchte, mich hektisch hinter ihren Spielzeugen zu verstecken. Ich konnte sie gerade noch an mich ziehen, bevor sie anfing zu schreien. Sie zappelte so stark. Es war nicht mein Fehler. Sie zappelte einfach so viel. Ich musste sie so festhalten. Ich fühlte, wie etwas in ihrem Genick nachgab. Irgendein fleischiges, dennoch kräftiges Knacken. Ich fühlte, wie ihr Körper schlaff wurde und sie aufhörte zu atmen. Leise weinend versuchte ich sie zurück in ihr Bett zu legen, aber das Problem, das ich hatte, hatte die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich gezogen und ich konnte hören, wie jemand die Treppe herunterkam. Sie werden mich nicht noch einmal erwischen. Also griff ich den Kopf des Vaters, als er ihn durch die Tür streckte und rammte mein Knie in sein Gesicht. Das machte ihn so benommen, dass ich seinen Arm nehmen konnte und mein Fuß gegen seinen Hals drückte und einmal festzog. Wieder dieses fleischige Knacken, das besser nicht knacken sollte und er hörte auf, sich zu wehren. In Panik zog ich seinen Körper in das Zimmer. Nur ein Gedanke kam mir in den Sinn. Und zwar, dass ich nicht wieder erwischt werden wollte. Also musste ich hier schnell rauskommen. Leider war die Vorder- und Hintertür verschlossen. Ich konnte die Schlüssel in meiner Panik nicht finden. Das Fenster, über das ich eingestiegen war, lag im Zimmer des Jungen, aber ich hätte auf sein Bett klettern müssen, um herauszukommen. Entweder war es mein Hin- und Herstolpern im Haus oder die Abwesenheit ihres Mannes, die die Mutter dazu bewegte, herunterzukommen. Dieses Mal konnte ich sie nicht davon abhalten, einen kurzen, lauten Schrei von sich zu stoßen. Ich stoppte diesen ohrenbetäubenden Lärm, indem ich ihr mit dem erstbesten Gegenstand ins Gesicht schlug. Ich hemmerte den Gegenstand immer weiter in ihr Gesicht, bis es nur noch eine blutige Masse war und sie aufhörte, sich zu bewegen. Ich die Kerze war von oben bis unten mit Blut bedeckt und voll mit meinen Fingerabdrücken. Zum Glück realisierte ich es schnell genug, steckte sie in meine Tasche und rannte zum Zimmer des Jungen. Ich musste aus diesem Haus kommen. Ich lasse mich nicht noch einmal erwischen. Dieses Mal brach ich durch die Tür und gab dem armen Kind keine Chance. Als ich an ihm vorbeiging, drehte ich seinen Kopf wie ein Flaschenverschluss um. Sein Hals knackte laut, während ich mit meinem Fuß auf sein Bett stieg und aus dem Fenster kletterte. Ich bereue alles, was in dem Haus passierte. Ich weine mich jede Nacht in den Schlaf, während ich an die Menschen denke, die ich verloren habe. Ich habe seitdem nicht eine Familie gefunden, die mein Verlangen so befriedigte wie sie. Aber seitdem die Polizei mein Haus durchsucht hatte, bin ich nie wieder zurückgekehrt. Ich lasse mich nicht noch einmal erwischen. Nun reise ich durchs Land und suche nach einer Familie, die es wert ist, beobachtet zu werden. Diese Duftkerzen mit mir herumtragend, als Erinnerung für das, was ich verloren habe. Ich hatte diese Internetseite hier gefunden, während ich dieses Mädchen beobachtete. Ich las die ganzen Storys hier, während ich sie beobachtete und dachte, dass es ein guter Ort wäre, meine Schuld zu bestehen und den Rest von euch zu warnen. Ich bin gut darin, es mir in Schränken gemütlich zu machen und ich bin nur daran interessiert, euch zu beobachten. Aber wenn ihr ein Geräusch aus eurem Schrank kommen hört, kommt nicht her, um nachzuschauen. Denn ich lasse mich nicht noch einmal erwischen.